Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, dann meine lieben Teilnehmer, ich grüße euch ganz herzlich zum neuen Safety-Devisen-Radar dieser Tage, dieser Woche, dieses Webinars. Den Stream haben wir natürlich täglich, aber das Webinar jetzt wieder mit mir, nachdem Markus Klebe in der letzten Woche ja hier seinen Einsatz vollbracht hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Markus hat wie immer den Devisenbereich würdig vertreten. Gerne auch mal Anregungen dazu, wie es euch gefallen hat, ob wir auch hin und wieder vielleicht nochmal einen anderen Devisen-Experten hier laden sollten. Das wäre auf jeden Fall mal von erhöhtem Interesse. So, dann wollen wir auch gleich mal langsam in die Pütt kommen. Wir haben ja einiges erlebt dieser Tage und was wir hier direkt sehen, wenn wir gleich einsteigen wollen, an der Stelle, wie gesagt, kurz Feedback. Ich sehe es gerade an Thomas Wolfgang, Christian, grüßt euch. Ich denke, ich bin zu sehen und zu hören. Ihr seht jetzt bestimmt Euro-Britisch-Found, den Trade, wo es mich gestern erwischt hat. Unglücklicherweise leider, denn man muss sagen, hier sehen wir ja diesen Trendlinien-Impuls. Den habe ich in der Nachauswertung nochmal sozusagen manifestiert. Und ich muss schon sagen, ich bin hier, wie gesagt, bei dem Trade eingestiegen Ende Oktober und sozusagen die Andacht gehabt, dass wir hier ein Stück weit den Rebounce sehen. Ich habe den gar nicht angesprochen im Devisenradar, aber es ist zumindest mal angebracht oder zumindest angedacht, dass gerade natürlich hier im Webinar immer wieder auch natürlich Rates erarbeitet werden, Schrägstrich besprochen werden. Und natürlich hier, wenn eben in einer Woche meiner Abwesenheit sowas stattfindet, ich das natürlich auch gern nachhole. In dem Fall ein Lucky Lose sozusagen. Gut, vor der Wahl, oder ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass er eben schon vorher eintritt, vorher viel mehr auftritt. Und unabhängig dessen, dass natürlich Volatilität zur Wahl zu erwarten war, zu der US-Wahl, dass wir jetzt hier im Prinzip hier oben irgendwo um die 0,9050 rumspinnen und nicht hier unten so an meinem Stop Loss, der eben hier gestern wirklich abgeholt wurde. Es ging in der Nacht noch ein Stück weit tiefer und jetzt sehen wir aber hier eine massive Erholung und das hier im Bereich dieser Trendlinie. Das ist wirklich spannend. Wie gesagt, schräge Trendlinien, schräge Typen, brauchen wir gar nicht wieder zu viel drüber philosophieren. Aber es ist eine Tatsache, dass hier eine durchaus sehr massive Trendlinie ihren Einzug fand und im Endeffekt auch gehalten hat. Eine ähnliche Situation wie hier im September. Jetzt stellt sich vielleicht die eine oder andere Frage. Okay, Kamera, du bist vorhin rausgeflogen. Re-Entry. Ich gebe zu, mit dem Gedanken zu spielen, den Euro gegenüber den britischen Frauen durchaus nochmal aufzuladen. Hat auch zwei Hintergründe, auf die ich jetzt hier im weiteren Verlauf eingehe. Denn, also erstmal sind wir eine starke Erholung, klarerweise. Hier hat das Pfund heute massiv unter Beschuss wieder, nachdem es ja gestern wirklich auch durch die Decke ging. Pfund Euro, Euro Pfund ist natürlich hier das maßgebliche Vehikel, was, wenn Pfund und Dollar sich auch bewegen, hier eben Einfluss nimmt. Da kann der Euro auch mehr oder weniger rumwuppeln. Vielmehr wird Euro-Britisch Frauen natürlich massiv auch durch das Pfund getrieben. Und die oder den Special, den ich heute für euch habe, sind im Prinzip Seasonal Pattern, fern meines bisher genutzten Trade Miners. Obgleich ich auch hier einige Währungen schon identifiziert habe, die durchaus schwach, schreckstrich stark daherkommen könnten, wie eben Euro-Yen. In der nächsten Woche durchaus interessant, aber nur acht Wiederholungsjahre, ein bisschen dürftig. Dann sind hier die Geschichten zum Beispiel mit 14 Jahren Euro-Astral-Dollar Bullish schon interessanter. Das sind wie gesagt Währungen, die wir uns heute definitiv gern mal genauer anschauen können. Ralf, weil ich gerade lese, Britisch-Fundien, den habe ich ja auch hier unter dem Saisonal-Muster gesehen. Wo war er denn? Bin ich jetzt? Ah, hier oben habe ich ihn gesehen, genau. Ein bisschen kurz von der Zeit, aber saisonal auch Bullish. Hier sehen wir im Prinzip die letzten acht Jahre. Nicht zu verachten, aber natürlich sollte zweistellig, eher dreistellig sein. Und was ich heute noch mitgebracht habe, ist eben neben dem Seasonal Bull eben auch den Season-Next, den ich ja seit einiger Zeit nutze. Und da haben sich einige interessante Währungen aufgetan, die unter Umständen auch von Interesse für euch sein könnten. Eben unter Swing-Trading-Gesichtspunkten klarerweise. Also wir reden hier nicht über wildes Intraday-Trading, sondern hier natürlich, ich will sagen, Trading ist in einer gewissen Art und Weise nie konservativ, aber natürlich legen wir es jetzt hier nicht irgendwo drauf an, dass wir die schnellen Pips machen, sondern sind hier mehr auf Tage, gegebenenfalls auch zwei, drei, vier, fünf Wochen orientiert. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, wir haben den unsicheren Wahlausgang ja momentan laufen. Und wie ich ja auch schon anfangs der Woche sagte, beim Devisenradar am Morgen, zugegebenermaßen, ich glaube nicht, dass der Präsident dieser Tage gefunden wird. Soll es Biden werden, dann wird Trump auf die, wie er es ja jetzt eh schon tut, auf die Hinterbeinchen sich stellen, eh komplett alle Briefwahlergebnisse ausgezählt sind. Also es wird meines Erachtens, Obama stand irgendwie heute Morgen schon, also Obamas letzter Amtszeit stand Obama schon frühs um 5 Uhr irgendwann fest. Also wirklich sehr schnell und straight, aber das waren auch andere Zeiten. Ich glaube, es wird sich dieser Tage auf jeden Fall relativ lange hinziehen, um hier wirklich ein nachhaltiges Ergebnis zu bekommen. Das wird die Märkte wahrscheinlich einige Zeit in Atem halten. Und wie gesagt, Euro-Britisch-Fund, da habe ich mal auf der Watchlist, ihr seht hier meinen damaligen, also ja, unglücklich ausgestoppten Trade. Ich bin damals hier bei 0,9030 rein mit einer Stop-Buy-Order. Da waren wir hier damals, das war im Prinzip hier, hier an den Tagen waren wir unterwegs. Dann ist er hier nochmal hochgelaufen und ich hätte mir oder habe mir im Prinzip schon gewünscht, dass wir hier nochmal 0,30 sehen. Hat er am 29. auch gemacht, die Order gefüllt und dann ging er aber eben leider direkt weiter runter. Hätte die Fahrradkette Stop-Loss, hätte er hier ein Stück weit tiefer sein können, ist aber nicht meine Art gewesen, wollte ich auch nicht tun. Technisch die Unterstützung hier aufgegeben und das macht das Ganze ein bisschen schwammig. Aber ich muss zugeben, gefällt mir ganz gut vor dem Hintergrund. Jetzt komme ich auch gleich zur Sache, liebe Leute. Denn wie gesagt, Seasonax und auch Seasonal Pattern beim Tool der anderen Art von Dimitri Speck, ich muss ja sagen, das ist ja jeder, der es kennt, wenn ich Seasonal Pattern oder andere Sachen vorstelle, mein, sag ich mal, Impulsgeber. Ohne Dimitri Speck, glaube ich, wäre ich gar nicht so wirklich auf Seasonal Patterns aufmerksam geworden. Wobei im Rahmen des Marktstudiums natürlich in der Rohstofflehre und bei Futures die Saisonalität eine enorme Rolle spielt. Habe ich das nie so adaptiert auf Aktien- oder Indexmärkte. Aber durch Dimitri Speck, wann war es 2010, 2011 herum, jetzt mittlerweile dann doch schon vor fast rund zehn Jahren, bin ich da eben durch seine Seite eben auf die Muster, auch auf Währungen aufmerksam geworden. Und das hat mich doch schon ein bisschen gepackt. Und hier hat Dimitri Speck einiges mehr aufgelegt in den letzten Jahren. Und wie gesagt, wir haben auch schon persönlich Kontakt gehabt. Ist ja auch Buchautor und bla bla bla. Im Grunde genommen aber spannende Geschichte, dass er eben hier mit diesem Tool eine gewisse Neuauflage geschaffen hat für saisonale Pattern. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal. Denn das britische Pfund hier während der vergangenen 19 Jahre vom 5. November, ihr seht es hier, bis zum 21. Straight eine Verlustphase. Richtig, richtig schwach. Das wiederum lässt den Umkehrschluss zu, dass Euro-britische Pfund in der Regel davon profitieren sollte. Gerade wenn der Euro sich auch so ein Stück weit stabilisiert. Was ich aber nicht glaube. Denn Euro-US-Dollar ist sicherlich auch hier ein Thema der Zeit. Ich sehe auch gerade einige Fragen. US-Dollar, schwarzer Franken. Robert. Ah, hallo Martina an der Stelle auch. Euro-US-Dollar, sehr schön. Klar, den schauen wir uns auch noch an. Ist noch nicht behandelt worden. Hier im Kontext US-Dollar, schwarzer Franken. Aber vom Robert sehr gut nachgefragt. Die zwei können wir uns definitiv anschauen. Britisch von Yen, wie gesagt, Reif nämlich auch noch unter die Lupe. Und was ich auch habe jetzt hier vom Robert, also nicht Robert mit US-Dollar, schwarzer Franken, sondern anderer Robert noch. Ich spreche die Vornamen direkt mal an, damit man natürlich hier im Rahmen der Identität nicht den einen oder anderen Preis gibt, den einen oder anderen Fragesteller. Grundsätzlich aber hier auch Austral-US-Dollar, sehr spannend. Also ich muss zugeben und damit direkt jetzt hier zu den Charts. Euro-Britisch Pfund haben wir diskutiert. Gehen wir direkt jetzt auf Euro-US-Dollar ein. Dass wir hier intakte Abwärtstrends etabliert haben. Die 1,17, also der Rücklauf zu 1,18 hier innerhalb dieses Trendkanals in jedem Fall spannend. Dieser Impuls hier hochinteressant. Hätte aber, wie gesagt, bei 1,18 schon mal so ein Stück weit stoppen sollen. Spätestens hier im Bereich 1,1750 hätte der Markt eine Pause machen müssen, eine Pause machen sollen. Das hat er nicht getan. Also insofern ist die Situation auf jeden Fall die, dass wir hier mit der Aufgabe der 1,1750, 1,17 glatt hier eben das Verkaufssignal generiert hatten. Und ich hatte hier auch schon Euro-US-Dollar am Tag der Wahl im Prinzip genau dieses Szenario gezeichnet. Dass es ja eigentlich entweder direkt nach unten durchklappt oder wir eben hier nochmal einen weiteren bullischen Auftakt sehen. Und wir sind jetzt hier in die Widerstandszone reingelaufen und wir sehen hier im Prinzip noch nicht wirklich fertig ausgebildet, aber einen Long-Ledge Doji. Also ein Doji, der, wenn jetzt hier der Close ein bisschen hoch, könnte man auch fast einen Hammer sagen, aber vielleicht spuckt er auch nochmal richtig hoch und bildet eben eine absolute Unsicherheitskerze. Das sehen wir hier einfach. Wir haben schon Hochs gesehen, wir haben Tiefs gesehen, wir sind aber trotzdem nicht so weit weg vom Eröffnungskurs. Das ist alles ein bisschen unsicher. Summa summarum die Situation hier gegenwärtig durchaus sehr interessant für einen Short. Genau, das switche ich gleich mal auf Gold. Genau wie hier auch eingeschätzt, entweder wie gesagt gleich 1860 durch und wir fallen weiter oder eben jetzt hier in diesem Bereich der perfekte Short. Also wir haben ja hier bei 1910, das war beim Radar von vorgestern, Goldharter zichtlich. Das ist genau der Short, den wir im Prinzip hier jetzt auch aufrufen. Genau mit dieser Idee, also direkt Short mit einem neuen Tief. Sehr interessant, dann wahrscheinlich prozyklisch weiter fallen in Richtung 1815, 1785. Das ist jetzt hier mein präferiertes Szenario. Gerade eben bei neuen Tiefs geht das weiter nach unten. Davon gehe ich aus. Auf aktuellem Niveau aber natürlich, muss man ganz klar sagen, mit einem geringen Stopp von 1,5, wenn man es relativ aggressiv sieht, vielleicht sogar 1,2 Prozent. Also relativ eng, oberhalb von 1930 dürfte Gold nämlich ausbrechen, ist hier eine mögliche Short-Idee durchaus interessant. Und ich will jetzt nicht nochmal auf Seasonax ausweichen, aber im Prinzip wissen wir ja auch um die Saisonalität, die der Goldpreis ja generell da aufwies. Das hatten wir das letzte Mal auch schon relativ ausführlich thematisiert, dass der Goldpreis hier im Prinzip eine Phase der Schwäche vor sich hat. Wir haben jetzt auch noch das Problem, gehen wir ein Stück weit mal in die fundamentale Seite, dass die Goldnachfrage auch ein Stück weit eingebrochen ist, sogar Notenbanken und auch der Schmuckhandel, klarerweise wegen Corona, dieses Jahr wirklich massive Umsatzrückgänge hat. Das auch aus einem wichtigen Land, nämlich wie China. Das sind einfach Maßnahmen, wo man sagt, klar, die ganzen Minen hatten natürlich auch den Lieferstopp. Es gab auch wieder, ihr wisst das, damals im Mai gab es ja ein massives Spread aus dem beim Goldpreis, da gab es ja Lieferigenpässe und dergleichen. Nichtsdestotrotz hat sich hier der Markt auch so ein bisschen, ich will sagen, zurückgenommen und wir befinden uns im Gold, hier in einem sauberen, intakten Abwärtstrend und eben hier in der Chance, in der Möglichkeit, jetzt hier spekulativen Short zu suchen. Man muss natürlich jetzt auch bedenken, dass natürlich jederzeit, wenn Trump mal hustet oder eben dann doch die Fahne des Sieges sozusagen abgeben muss oder was auch immer passiert, das ist eigentlich müßig, drüber zu spekulieren, über solche politischen Ereignisse, weil es im Prinzip auch völlig Banane ist, ob jetzt Biden oder Trump an der Macht ist. Theoretisch wird auch immer geagelt, der eine ist mehr pro, der andere kontra China und was es alles für Theorien gibt. De facto ist die USA relativ gesehen am Zenit ihres Aufstiegs. Die ganzen Hightech-Firmen halten es hoch, aber was China im Prinzip aufgeholt hat und in den nächsten Jahrzehnten auch darbieten wird, ist praktisch für die USA ein Superdesaster. Und ich glaube, das ist auch nicht mehr umzukehren. Im Grunde genommen, dahingehend der Dollar eigentlich auch in einer Phase der übergeordneten Schwäche, da komme ich gleich zum Dollar-Index, den wir ja auch hier nach wie vor haben, ihr kennt das Bild, liebe Teilnehmer. Wir sehen jetzt hier immer noch so ein Rumgeeiere und möglicherweise kommt der Dollar-Index hier doch nochmal wieder ein Stück weit höher, soll heißen, der Dollar erfährt wieder Stärke und drückt eben hier die Edelmetalle und eben auch den Euro gegenüber dem US-Dollar. Also wo haben wir hier wieder nach unten? Gefällt mir wirklich gut, muss ich eben sagen, dass wir hier ein Setting haben, was durchaus Charme erweckt im Rahmen einer Preisbewegung nach unten. Und Euro-US-Dollar, spannend, Gold noch spannender und richtig spannend, muss ich zugeben, finde ich den Austral-Dollar. Und zwar haben wir hier nämlich auch wieder eine schöne technische Situation. Klarerweise, wir wollen gar nicht zu viel auf die Vergangenheit eingehen, gab es einen riesigen Schub. Der hat auch ja hier, hatte ich auch schon Short-Ideen früherer Zeit noch drin im Chart, die Marke von 0,70. Für mich hier ein sehr, sehr interessantes Short-Level. Und schaut euch einfach auch mal wieder dieses Szenario an, weil wir gerade bei der 0,70 auch waren. Hier, wie gesagt, auch immer wieder interessante Short-Tendenzen eruiert. Hier immer noch der Trade drin, Bernd, mit dem Trade des Jahres beim Neuseeland-Dollar. Oder, das war ja hier die Sommerzeit, meine ich, spannende Entwicklung, wie gesagt, knapp am Stopp vorbei. De facto aber hier sehr, sehr schöne Marke, sehr, sehr schöne Price-Action-Zone. Man sieht hier beim Aussi, beim Austral-Dollar gegenüber dem US-Dollar, wirklich in Perfektion die Price-Action um die rundere Hausnummer herum. 0,70, ganz entscheidendes Level. Hier auch mit diesem sauberen Pullback im November. Und jetzt wird hier rumgetanzt auf dieser Area, auf diesem Niveau. Und das ist natürlich jetzt was, wo ich auch zuletzt schon sagte, der Austral-Dollar kann sich oberhalb von 0,70 durchaus stabilisieren, um dann sozusagen wieder einen Rückenwind zu erfahren. Jetzt haben wir hier wie beim Goldpreis aber so einen sauberen Abwärtstrendkanal, der, das muss man natürlich klarerweise sagen, gestern hier nach oben aufgelöst worden ist. Und das ist natürlich auch ganz spannend an der Geschichte. Ihr wisst es vielleicht oder habt es nicht mitbekommen, dass die, wo ist der Chart eigentlich aktualisiert? Jetzt mal gucken wir hier, News, Leitzinsinfos. Schaut es mal her, Zinsentscheidung. Und da haben wir sie. Die australische Notenbank hat den Leitzins weitergesenkt am 3. November. Und es ist ein Trauerspiel wie bei allen Notenbanken bis auf die chinesische. Das ist die Notenbank, die hier tatsächlich noch einen Zinssatz aufweist. Weil, obwohl sie natürlich auch keine freie Währung hat, hat sie natürlich aber drin auch ein Zinsniveau, das im Gegensatz zu der kompletten westlichen Welt wirklich noch Spielraum erlaubt. Und das ist übrigens auch ein Vorteil, den China innehält. Also da muss man wirklich sagen, aufgepasst. Faktisch hat die RBA, die Reserve Bank of Australia, hier den Leitzins eben wieder weiter gesenkt. Und da muss man natürlich sagen, von 0,25 auf 0,10 die Senkung von 0,15 Prozentpunkten oder 0,15 Basispunkten. Oder waren es 0,25? Jetzt müsste ich direkt mich nochmal recherchieren. Also es ist auf jeden Fall auf 0,1 gesenkt. Da stimmt das aber hier nicht. Die Quote, die da gerade steht, da 0,15. Doch, da steht es ja. Hier haben wir es richtig drin. Genau, so hat es nämlich auch im Kopf. De facto ist es auf 0,1. 0,1. Die Frage, bis wir hier auf 0 sind, Schrägstrich auch in den ozeanischen Währungsraum, im ozeanischen Währungsraum vielmehr, also Neuseeland, Australien, hier Negativsinsen sehen, ist wahrscheinlich meines Erachtens nur eine Frage der Zeit. Es ist ein Debakel, liebe Teilnehmer. Stellen Sie sich auch generell perspektivisch die Frage, was mit Ihrem Geld passiert. Das ist eine elementare Frage, auf der es sicherlich keine, sage ich mal, allumfassende Antwort gibt. Aber faktisch muss man davon ausgehen, dass natürlich die Inflation in diesem Jahrzehnt massiven Wertverlust erzeugen wird. Die Währungen also wirklich ausbluten werden, das muss man sagen. Und das ist der schwarze Frank, das ist der Dollar, das ist der Euro. Das wird auch der Australdollar sein. Das heißt, die Kaufkraft der jeweiligen Währungen werden schwinden. Massiv. Und das ist etwas, wo man sagt, klar, wer profitiert? Sachwerte, Aktien werden profitieren. Der Edelmetallmarkt wird profitieren. Davon gehe ich ganz sicher aus. Und ihr wisst, das ist natürlich die große Prognose vom Goldpreis bei mir. Ich glaube schon, dass wir die 3.000 Dollar noch sehen. Ich glaube auch, dass Silber wieder in Richtung 50 Dollar steigt. Das sind Dinge, die sind meines Erachtens also fast schon zu deutlich, dass es mir schon wieder Angst macht, eigentlich darüber zu sprechen. Aber es ist eigentlich tendenziell gar nicht mehr abwendbar, dass sowas passiert. Und die Aktienmärkte werden ihre Rallye höchstwahrscheinlich fortsetzen. Das Einzige, was hier natürlich den Nackenstoß verleihen kann und wird, ist eben die weltpolitische Situation, die wir haben. Aber ich habe neulich, mit Verlaub, liebe Teilnehmer, war es gestern oder vorgestern, ich muss sagen, ich halte mich wirklich fern von den Mainstream-Vedien. Aber ich habe mir ein Interview mit unserem Olaf Scholz angeschaut, um die Thematik Corona-Hilfen. Und gut, er hat ja 7, 8 Minuten philosophiert. Im Prinzip hätte er in drei Sätzen sagen können, es gibt so viel Liquidität, wie es braucht. Ob das November, Dezember, Januar, Februar, ob das Ostern ist. Wir werden dafür sorgen, dass wir mit unseren 300 Milliarden Euro, die momentan zur Hilfsbekämpfung sozusagen, Hilfsbekämpfung ist ein falsches Wort, zur Unterstützung bereitstehen, den Markt und auch die Unternehmen stützen werden. Aber was ist das für eine irrationale Politik? Und woher kommt das Geld? Ja, 300 Milliarden, meine lieben Teilnehmer. Das ist sicherlich auch eine Hausnummer, wo man erstmal schlucken muss. Aber das wird auch nicht das Ende sein. Das ist etwas, wo ich auf jeden Fall mit Sorge in die Zukunft blicke, was jetzt Geldwertstabilität angeht. Und das wird auch im Übrigen, ich hatte es ja heute auch erst im Video, sicherlich die Kryptos anheizen. Und da jetzt auch, ich bin auch in der Kryptobörse angemeldet, sogar in Zweien. Aber ich muss auch sagen, da bin ich jetzt nicht so der große Krypto-Fan. Aber die Geschichte mit PayPal ist natürlich wirklich auch hier der Ritterschlag wieder für den Bitcoin gewesen. Wo man einfach sagt, okay, jetzt sag ich mal, selbst Lieschen Müller, die jetzt nicht irgendeine Wallet hat oder die sich irgendwo im Krypto-Bereich auskennt, hat möglicherweise, wenn sie PayPal schon nutzt. Und PayPal ist ja wirklich eine krasse Entwicklung, eine super Online-Geschichte in Sachen Käuferschutz, Verkäuferschutz, was es da alles gibt, Transfer eben von Geldern. Und dass da jetzt Bitcoin reinkommt, ich meine in Europa noch nicht, aber was in Amerika anfängt, geht auch nach Europa. Wir müssen davon ausgehen, dass es kommen wird. Und das ist schon eine Geschichte, wo ich glaube, auch hier ist natürlich die Entwicklung eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Und interessanterweise hier, dass es eben auch noch eine Entwicklung ist, die relativ jung ist. Ich meine aber, Bitcoin, auch hier nochmal, ist natürlich eine Währung, die sehr, sehr volatil ist. Also Währung ist dafür eben das falsche Wort. Eine Währung, die um 20 Prozent an einem Tag schwankt. Da sind wir ja schon in dem Bereich der türkischen Lira und anderen, sage ich mal, Minor-Pairs auf klassischer Währungsbasis gesehen, wo man einfach sagt, das ist keine wirkliche Währung. Eine Währung braucht eine gewisse Stabilität. Und die ist aber bei den Bitcoin und anderen Kryptos gegenwärtig eben nicht der Fall. Aber es ist ein Markt, der sicherlich interessant bleiben wird und auch seinen Weg findet, wie es heute Morgen auch schon im Radar sagte. Man muss aber, und das ist bei den Kryptos eben das exorbitante, hier auch mit Rückschlägen von bis zu 50 Prozent rechnen. De facto aber, wenn die ganzen Assets, die ganzen Sachwerte oder auch die digitale Währung, die Kryptos steigen, dann ist das indirekt auch nur ein Ausgleich des Wertes, was wir verlieren mit unserer Kaufkraft. Das muss man ganz klar realisieren. Und das ist bedenklich und erschreckend. Aber wer das Geld buchstäblich auf dem Sparbuch liegen hat oder unter dem Kopfkissen, klarerweise wird der in zehn Jahren für seine jetzigen 100 Euro nur noch einen Bruchteil dessen bekommen, an Kaufkraft, an Gegenwert, als das, was er eben heute bekommt. Ich meine, ich habe schon drei Währungsreformen mitgemacht, irre aber wahr. Und jedes Mal wurde die Währung halbiert. Das ist echt erschreckend. Das ist einfach was, was ich mir immer wieder in den Kopf rufe, wo ich sage, ich glaube auch, das ist nicht die letzte Währungsreform. Und dass über den digitalen Euro schon entschieden wurde, das wurde ja Anfang Oktober auch von der EZB schon laut. Die Schublade des digitalen Euros wurde geöffnet. Im Prinzip ist es nicht mehr die Frage, ob es kommt, sondern nur noch die Frage, wann. In China, ich habe das auch schon angedeutet, läuft schon seit Anfang des Jahres, als hätten sie es passend zur Corona-Pandemie aufsetzen wollen, in verschiedenen, ich nenne es mal Bezirken oder Bundesstaaten vergleichbar, den Renimbi auf rein digitaler Basis eingeführt. Und das wird in Europa kommen, das wird genauso in den USA kommen. AD, das Papiergeld und es lebe die digitale Währung. Und ob das nun der E-Euro wird oder der Krypto-Euro oder wie wir es auch nennen, am Ende ist es ein unvermeidbarer Lauf der Dinge, die Einzug halten werden. Und somit muss ich jetzt mal langsam das Wort des Mittwochs schließen. Bin jetzt irgendwie darauf gekommen, dass natürlich die Währungen per se auch ihre Zykligen haben. Und gerade wenn wir jetzt von so saisonalen Pattern sprechen oder einer Dollarstärke, Schwäche, dann haben wir hier am Währungsmarkt natürlich immer die interessante Konstellation, dass wir über ein Währungspaar sprechen. Das heißt, wir haben hier immer die zwei Seiten. Das heißt, wir haben die Basiswährung, die Zielwährung. Diese beiden, das Währungspaar, haben eben das Preisverhältnis. Zum Beispiel hier eben britisch Pfund in US-Dollar, Basiswährung, Zielwährung. Und da ist natürlich immer die Frage, welche von beiden Währungen, muss man ja fast schon entzückt so sagen, ist denn hier nun die schwächere? Also es ist wirklich, eigentlich ist es bedauerlich, aber das Pfund ja auch, also klassisch das Sterling ist ja auch eine der ältesten Währungen. Im 12. Jahrhundert gab es schon das Sterling. Also hat ja sozusagen hier das British Empire damals noch gar nicht in diesen Zügen nach ihrer geschichtlichen Entwicklung, wie jetzt eben Europa entwickelt oder andere Staaten, sondern da eben wirklich schon weiter. Und das Sterling war ja hier, Pfund Sterling, tatsächlich geschichtlich schon so verankert, dass es eine der ältesten Währungen der Welt ist, wobei natürlich hier auch Währungsreformen noch und nöcher stattfinden, Schrägstrich eben auch Währungsumbenennungen. Und man muss jetzt feststellen, dass der Dollar an sich ja die älteste Fiat-Währung ist, die es ja gibt. Also wir haben ja die 100 Jahre, wann war es denn vor? Ah, jetzt spielt mir mein Gedächtnis einen Streich auf jeden Fall. Ach klar, 1913 der Dollar eingeführt. Also vor sieben Jahren hatten wir ein 100-jähriges Jubiläum der Papiergeld-Währung des Dollars, also ohne fundamentale Sicherungseinlagen in Form von Gold oder anderen Dingen. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo man sagt, puh, einige Währungen der Welt hat schon so lange so virtuell bestanden oder ihren Bestand gefeiert, wie jetzt eben der Dollar. Und ja, der Dollar ist kaufkrafttechnisch in der Ehe einen absoluten Strudel. Aber die Frage ist, ist das Pfund jetzt besser gesegnet oder gestellt als der Dollar? Das wird die Gretchenfrage sein. Und ich denke, momentan kurzfristig könnte es sozusagen pro Dollar sein. Ja, das zeigen die Shards, wenn ich mir den Goldpreis anschaue. Jetzt muss ich hier direkt nochmal reingehen. Das zeigt mir aber auch hier der Austral-Dollar, US-Dollar, da bin ich ja gerade hängen geblieben, auch als nächstes Währungspartner, den ich ja auch spannend finde im Rahmen der Marke von 0,70 und dem April. Denn wir haben hier beim Ossi im Prinzip ähnlich wie beim britischen Pfund hier diese saisonale Schwäche jetzt im November. Und mit der heutigen Erholung ist das hier auf jeden Fall ein schönes Cluster. Also faktisch sind wir natürlich über diese Abwärtstrendlinie des Abwärtstrendkanals ausgebrochen gestern. Hier ähnlich jetzt wie beim Gold und Silber, Silber kommen wir auch noch gleich zu, aber ähnlich wie beim Gold und beim Euro-Dollar jetzt hier so eine Art Long-Ledge-Doji, ist aber eine reine Unsicherheitskerze und aggressiv im Rahmen der Saisonalität. Übrigens, diese fängt auch erst am fünften an. Ja, hier ist der fünfte November. Da sieht man sogar hier noch so einen kleinen Dip, gehen wir mal auf die 20 Jahre Bulltime, wendet sich nicht viel vom Graphen her. Man sieht hier so einen kleinen Dip, also der perfekte Zeitpunkt, wenn ich den Chart mal so sehe, jetzt switchen wir das mal um, warte mal, machen wir das, so. Also das Tief ist eigentlich hier, muss ganz kurz sehen. 21. November exakt und hier der Einstieg 7. November. Also das wäre so saisonal eigentlich wirklich hier die perfekte Session, um hier einzusteigen. Also lasst dem vielleicht noch so ein Stück weit, wie will man sagen, ein Stück weit Zeit, um hier vielleicht auch einen Fake-Ausbruch auf der Oberseite zu generieren. Ihr habt es hier damals auch mal in Tendenzfall gehabt oder gesehen. Wenn wir über 0,72 gehen, dreht der Bias so ein Stück weit auf Bullish. Wir sind, wie gesagt, aber hier in einer Phase, wo ich sage, es kann hier viel über die Nacht auch passieren. Also es ist im gegenwärtigen Markt, da braucht man entweder Nerven oder man muss auch hier klare Parameter anlegen. Aber wenn man jetzt versucht eben Short zu gehen auf aktuellem Niveau oder man wartet noch ein, zwei Tage und der sitzt dann hier so bei 0,71, 80. Ich meine, das sind nur 50 Pips Unterschied. Das macht jetzt auch nicht den riesigen Brei. Aber generell muss man sagen, hier am Ende des Tages ein schöneres Verhältnis, wenn man hier reinkommt mit einem Stop von rund 80 Pips, als wenn man jetzt zum Beispiel starten würde und ich sage es mal, auf aktuellem Niveau ein Short startet. Auch der Stop müsste natürlich deutlich über 0,72 liegen. Ich lege mal jetzt auf dasselbe Niveau, wie wenn man hier ein bisschen günstiger einsteigen würde. Günstiger im Rahmen eines Shorts, wenn der Preis höher ist, will ich damit sagen. Und dann haben wir hier im Prinzip sozusagen hier die Verhältnisse bis 21. November. Das geht sozusagen dann auch bis hier jetzt, wo wir das Fadenkreuz haben, etwa hin. Ist natürlich jetzt dann auch die Frage, wie viele Pips hier nach unten aufgerissen werden, beziehungsweise wie viele Minusprozente. Und im Schnitt können wir mal hier auf den Austral-Dollar jetzt gerade schauen. Median Return Average minus 1,4 im Schnitt. Das ist jetzt auch nicht die Riesenwelt. Ja, aber bei Devisen müsst ihr natürlich wissen, haben wir natürlich hier nicht wie bei den Kryptos ausgesprochen. Ausschläge im 25-Prozent-Bereich, sondern das ist jetzt alles eher übersichtlich. Aber zumindest ist ja saisonal der Lauf in Richtung 1,4 Prozent im Durchschnitt mal zu erwarten. Da ist natürlich genau die Frage, wie viel Risiko kaufe ich mir ein und wie passt das? Aber ich sage es mal so, unabhängig auf den Tag bezogen und auf die möglichen Parameter, würde sich hier bei 0,71,80 etwa an 0,70,90 ein sehr schönes Ratio ergeben, um in Short zu starten vor dem Hintergrund. Jetzt schnippen wir schon wieder schön nach oben. Also das ist einfach eine heiße Geschichte dabei. Also Intraday kann man sicherlich rechts und links hier richtig schöne Moves mitnehmen, wenn man hier um 1 und 5 Minuten Short dabei unterwegs ist, weil wir haben eben jetzt einfach Momentum im Intraday-Bereich. Wir schnippen mal ganz schnell 10, 20, 30, 40 Pips in die eine Richtung und dann wieder 10, 20, 30 Pips in die andere. Wenn man hier schnell die Seiten wechselt im kurzfristigen Zeitfenster, dann kann man immer dieses kurzfristige Momentum mitnehmen. Aber auf Tagesbasis sehen wir hier auch sehr deutlich, dass wir eigentlich seit Mitte September so ein Stück weit im Seitwärtsgeschiebe sind. 0,70 klarer Support, 0,72, 10, 0,72, 30 hier oben der Widerstand. Und deswegen, wenn wir hier hochlaufen, das machen wir jetzt mal direkt konkret, dann glaube ich auch unter der saisonalen Brille wirkt ein Short sehr interessant. So, kann jetzt hier auch in Richtung 0,72, 30 nochmal hochlaufen, aber dann sollte er hier wieder nach unten gehen. Und der Witz ist, wenn er diese obere Trendlinie jetzt auch unter technischen Strukturen wieder einreißt, also wenn er jetzt wirklich hier nochmal hochgehen sollte oder auch morgen hochgeht und dann aber nach unten abdriftet, dann kann das hier auf jeden Fall dazu führen, dass wir die 0,70 durchschlagen und dass wir eben einen richtig starken Abwärtswurf bekommen. Ergo im Umkehrschluss wieder der Dollar kurzfristigen Zuspruch erfährt. Und das ist natürlich schon meine, ich will es mal sagen, präferierte Variante, mein Schwerpunkt, ein Stück weit die Ausrichtung, die ich jetzt präferiere, dass wir mit Sicht auf den November, wahrscheinlich auch in den Dezember rein, wenn es denn so kommen soll, eine gewisse Dollarstärke sehen. Ja, das heißt hier, gerade auf diesen, ich sag's mal, Wochenschart im Dollar-Modus, haben wir jetzt eben ein Stück weit Unsicherheit und Seitwärtsphasen gesehen. Jetzt zieh mal ein bisschen höher hier, zacki, zacki, so. Ja, dass wir hier genau in diesem Szenario noch sind und der Erholungsmodus, ich will es mal ein bisschen, also das ist die Kerze übrigens von gestern, das ist hier mal auf Tagesbasis erst aktualisiert. Heute dürfte die Kerze wieder komplett weiß und nach oben gehen. Ich denke, wir sind hier in diesem Bereich schon noch unterwegs, dass der noch ein Stück weit hochspuckt. Vielleicht nimmt er auch das Hoch hier vom Sommer, das war der September, hier am 27., also Ausklang September vielmehr, hier diese Momentum-Kerze. Vielleicht nimmt er auch das Hoch nochmal raus. Ja, wenn ich hier technisch mal so ein Stück weit in den Mikro-Bereich gehe, finde ich das eigentlich ganz spannend, dass wir hier dann sozusagen den Bereich, ziehen wir es direkt mal rüber im Dollar-Index. Ich könnte jetzt auch so ein Korridorband nehmen. Vielleicht nehme ich jetzt mal hier so eine dünne Trendlinie. Einfach mal zu gucken, hier, da können wir nämlich das Tief, hier, das ist eigentlich ganz spannend, hier das Tief dieses Sell-Offs Anfang des Jahres. Hier fehlt es ein bisschen, das ist schade, deswegen kann ich das eigentlich gleich mal hochziehen, aber dass wir hier sozusagen nochmal ein Stück weit drüber spucken, nochmal so ein Dip nach oben machen, für mich gefühlt durchaus eine Variante, um dann aber, und das ist ja klarerweise mein unverändert präferiertes Szenario, eigentlich in das Jahrzehnt der Dollar-Schwäche übergehen. Und ob das jetzt an China liegen mag, die laut offiziellen Zahlen, was ist schon offiziell, was aus China kommt, eh denkwürdig, aber die Corona-Pandemie selbst viel besser im Griff haben, einfach jetzt sozusagen eigentlich schon wieder am Absprung in Richtung weiteres Wirtschaftswachstum stehen, während wir ja hier noch mit Lockdowns kämpfen, schrägstrich unklar ist, was überhaupt nächstes Jahr passiert. Fühlt sich, schrägstrich stellt sich China in einer ganz anderen Rolle dar, die für mich gesehen viel massiver ist, also viel besser. Und ich muss schon ehrlich sagen, ich bin jetzt da um Gottes Willen kein China-Fan mit ihren, sage ich mal, doch schon diktatorisch-kommunistischen Ansätzen und der Staatskontrolle und dem ganzen Irrsinn. Das ist ja wirklich weit weg von Demokratie und Freiheit, aber grundsätzlich rein wirtschaftlich gesehen, da kommt man nicht mehr vorbei an China. Also die Sachlage ist so sicher wie das Arm in der Kirche, würde ich jetzt mal behaupten. Was ist schon sicher, aber da wage ich wirklich mal eine große Prognose und das sollte eigentlich den Dollar, gerade die USA, den Dollar durchaus schwächen. So, und im Zuge dessen, kurzfristig hier aber genau diese große Dollar-Schwäche jetzt nicht zu präferieren, sondern vielmehr erst ein temporären Gegenschritt. Da muss man jetzt immer wieder ein Stück weit umdenken. Das hier ist der Wochenchart wohlbemerkt. Der eine Handelskerze in der Woche, das zieht sich hier ein bisschen hin und das kann sich auch noch, wie gesagt, bis in den Dezember hier aufbauen nach oben. Vielleicht gehen wir nochmal Richtung 95 Punkte beim Dollar-Index, aber das dürfte dann auch so langsam Schluss sein und dann sollte im Rahmen dieser Erholung vom Dollar dann auch hier unten irgendwann dann die ganzen Euro-Pairs, Austral-Dollar-Pairs oder auch britisch Pfund wieder eindrehen. Aber ich denke eben, wir sehen hier nochmal neue Tiefs und das ist so ein Stück weit das Fazit hier zum Dollar in breiter Front, der sich sozusagen hier als momentan wohl dann auch wieder recht kräftiges Währungsparte erstellt. Jetzt sehen wir aber hier schon wieder, wie es nach unten geht. Also es ist echt spannend. Ich würde aber trotzdem mal behaupten, wenn wir noch ein bisschen hochgehen, spekulativ könnte man sogar jetzt schon erste Käufe tätigen. Also da auch nochmal der Tipp an der Stelle. Ich hatte das früher auch schon immer wieder dargestellt. Wer sich ein Stück weit unsicher ist von klarem Preislevel, Preiszonen zugegebenermaßen, vielleicht haben wir jetzt auch hier schon das Hoch gesehen, Schrägstrich Intraday sehen wir jetzt keine höheren Hochs mehr. Über das gestrige Tageshoch hinaus hier 0,71,75. Wenn man sich jetzt überlegt, ich will bei 0,71,80 Short gehen, setze da meine Pending Short rein und dann erreicht er das Niveau nicht mehr. Und dann guckst du hinterher, wie der Preis sozusagen hier auf Talfahrt geht. Und da natürlich immer wieder das Rezept, dass man seine Order splittet. Das hat nichts mit negativer Pyramidisierung zu tun, sondern es geht auch nur darum, dass man hier nicht versucht, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu finden, sondern vielmehr hier mit dem Preis, mit dem Markt und mit den Schwankungen der Volatilität spielt und hier eben gestaffelte Orders setzt. Das könnte eben mal tatsächlich jetzt ein Einstieg bedeuten. Das könnte ein Einstieg bei dem Hoch vom Vortag sein, 0,71,70 rund. Und dann könnte man auch noch mal einen Einstieg fahren bei 0,72,15. Schrägstrich wäre es ganz crazy, Mark hier bei 0,72,40, vielleicht 0,72,30. Dass man hier sozusagen zwei, drei Pending Orders reinsetzt, dann aber immer wieder in dem Kontext kleinerer Positionssizes, weil am Ende sollte man einen Stop-Loss setzen, der dann für alle Positionen gilt und eben auch hier das Klumpenrisiko nicht zu groß werden lässt. Das soll heißen, wenn ich eine Position genereller Natur im Umfang von 1% oder 2% meines Depots kalkuliere und ich plane jetzt vier Orders, dann ist natürlich klar, wenn wir jetzt von 2% Depotsrisiko ausgehen, dass ich hier jeweils eine Order mit 0,5% Risiko versehe. Okay, das ist das Gestaffelte. Das ist das, wo man so ein Stück weit eben hier reingeht. Das ist ganz, ganz spannend. Und man hier eben sozusagen dann versucht, nicht den perfekten Einstieg zu finden, sondern sich sozusagen in den Markt reinkauft, je nach Bewegungsintensität. So, jetzt habe ich mich aber wieder relativ lange aufgehalten. Sorry für die, sage ich mal, vielleicht zu ausführliche Ausdehnung der ein oder anderen Umkehrbewegung, aber man muss es natürlich ansprechen. Britisch-Fund-US-Dollar wurde noch geäußert. Hier können wir auch mal direkt mal in den Season-Ex schauen. Wie gesagt, der Austral-US-Dollar ist spannend. Britisch-Fund-US-Dollar eher auch schwach unter der Thematik. Und jetzt gehen wir mal auf das britische Fundien, Search Instruments. Da wollte ich jetzt hin. So. Da haben wir ihn. Ändert sich das Bild jetzt mal gar nicht so massiv. Also auch hier bärisches Geschmäckle. Und was wir hier auch haben, Katjen, den habe ich mir vorher schon rausgesucht. Kann man auch hier ein bisschen verkürzen. Es gibt zwar noch ein tieferes Tief hier zum 20. November, aber natürlich auch hier massive Schwäche. Also einfach Katjen haben wir hier. Auch heute schwach, also sozusagen arg gebeutelt. Generell aber hier ein schöner Aufwärtstrend intakt. Zuletzt auch hier schön getestet. Spannend. Aber es deutet sich eine weitere Schwäche an. Also ein Rücklauf in Richtung 78,50 meines Erachtens definitiv zu erwarten. Und hier in diesem Bereich könnte es dann spannend werden, weil wenn er die Tiefs hier oder das Tief vom 29.10. oder auch die Marke schon von 78,30 aufgibt, inklusive der schrägen Trendlinie, da haben wir sie wieder, sollte dann auf jeden Fall auch weiter relativ schnell Druck aufkommen können. Und dann ist die Marke von 77 Yen oder 76,80, 76,70 schneller als man denkt, erreichbar. Also Katjen, auch saisonal, wie gesagt, schönes Short Setup. Klar, der hat heute, das ist eben so ein Unterschied zum Austral-Dollar, der hat heute hier schon wieder einen Großteil seiner anfänglichen Gewinne. Schrägstrich, der hat ja sogar ein neues Tageshoch gemacht, auch schon wieder komplett abgegeben. Man kann aber hier so ein Stück weit eben auch auf einen Rebound vielleicht spekulieren und dann wäre das auf jeden Fall ein Niveau. Klar, wenn er hier die 0, 0, 60,80, die 78,50 sozusagen touchiert, kann es eine Gegenreaktion geben. Aber eben auch saisonal gesehen deutet sich vielmehr dann eben eine weitere Schwäche an. Direkt eben mit Aufgabe hier der Tiefs vom Oktober, vielmehr hier vom Ausklang des Oktobers, dann durchaus als Trigger für weitere Verluste. Also das ist hier schon das präferierte Entwicklungs-Szenario. Und man muss sagen, hier natürlich auch, wenn wir das Risiko ein Stück weit in die Beschau nehmen vom aktuellen Level, also gerade die Waller ist halt crazy. Theoretisch müsste der Stopp hier oben sein über den letzten Reaktionshochs. Wer es aber aggressiv macht, geht eben hier direkt mit dem Stopp knapp über das Hoch von heute in der Erwartung, dass egal was passiert, das nicht mehr geknackt werden darf. Und da hätten wir natürlich einen Ratio von 1 zu 1 grob, beziehungsweise komfortabel, 1 zu 1,2 etwa. Und wenn er natürlich dann durchsackt unter die Tiefs hier vom Oktober ausklang, dann haben wir hier ein wunderbares Ratio von 3 zu 1. Ihr seht das hier, Risiko knapp 1%. Mögliches Impulslevel auf der Südseite von 3%. Also das ist wirklich spannend. Cat Yen, in jedem Falle da auch Short interessant zum Britisch Fund Yen. Hier auch eine ähnliche Situation. Wir sind ja auch hier an die Hochs vom Oktober herangelaufen. In jedem Falle spannend, in jedem Falle spannend. Dann ziehen wir mal nämlich den Balken hier nach unten. Da kann das jetzt auch schon wieder gewesen sein, das Hoch. Das kann sein, dass wir hier gar nicht mehr höher gehen. Sollte es aber geschehen, hier sehen, das war hier auch eine Short-Idee aus dem Chart heraus. Eher unglücklich, sagen wir mal hier, dass wir die tiefsten Richtung September ansteuern. Das ist meines Erachtens auch unter Session einer Brille und technischer Struktur. Hoch, tief. Tief, tieferes Hoch, auch wenn nur knapp, tieferes Tief. Und jetzt muss es noch nicht mehr dazu kommen, dass wir hier nochmal den Widerstand von 137,40 ranlaufen. Sollte es so sein, wäre das hier vielleicht als Short-Einladung zu verstehen. Vielleicht schnimmt er auch mal rüber, aber der darf eigentlich keine neuen Hochs mehr machen. Und insofern, ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, das warst du vorhin, lieber Ralf. Horst, auf jeden Fall natürlich politische Börsen haben kurze Beine. Wie kurz sind sie nach Ihrer Meinung? Tja, die politischen Börsen, wie kurz sind sie, die Beine und deren ganzen Schabernack, den wir da erleben dürfen. Wie gesagt, es ist müßig, die Politik zu unterhalten. Da sollte man eher die Politikwissenschaftler oder Studenten befragen oder sich einfach mal ins Plenum von verschiedenen Ministerien setzen. Das ist mir einfach wirklich ein Stück weit zu zähl. Da schaue ich lieber auf das, was der Markt macht. Der Markt bewegt die Massenpsychologie. Und insofern, ich glaube, egal was Trump da macht oder wie es auch ausgeht, die Kugel wird eigentlich ganz woanders angestoßen. Und insofern lassen wir da mal ihr Kasperle-Theatersat durchführen. Ich glaube, wie gesagt, dass sich die entscheidende Wahlentscheidung, ist ein doppelt gemoppeltes Wort, aber vielmehr, dass die Wahlentscheidung wirklich feststeht, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also es ist einfach nur spekulativ. Also ich würde mich wundern, wenn es so schnell geht wie in früheren Amtszeiten. Ich denke, das zieht sich jetzt ein bisschen, auch weil Mr. Trump mit Sicherheit, sofern er denn verliert, mit Sicherheit das nicht akzeptiert wird. Und da sind wir schon wieder in einer absoluten Phase. Man erinnert sich hier nur an Wladimir Putin, der da auch die Gesetzmäßigkeiten zuletzt änderte. Im Rahmen seiner möglichen Amtszeiten zwischendurch hat er ja mal sein Amt verlassen. Ja, da gab es da wieder so einen, sag ich mal, so einen anonymen Präsidenten. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber eben die letzte Amtszeit musste man ja auch sozusagen, man kann ja nicht durchweg wie in China oder auch bei uns, da im Amt bleiben. Nach zwei Amtszeiten ist da der Wechsel sozusagen notwendig. Aber das hat Mr. Putin ja auch geändert. Insofern dürfen wir uns wahrscheinlich darauf freuen, dass er über die nächsten Jahre, Jahrzehnte das Land Russland regieren wird. So wie das Trump idealerweise auch machen will. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn Trump an der dritten Amtszeit ist, sagt er dann auch, na, ich ändere jetzt hier die Verfassung. Es gibt nicht nur zwei Amtszeiten für den Präsidenten, sondern jetzt mache ich eine dritte, vierte, fünfte. Was weiß ich. Also es ist da mit allem zu rechnen und das ist wirklich müßig darüber, sich da eben zu sehr den Kopf zu verdrehen. Wir gucken auf die Tatsachen und die sehen hier technisch gesehen, und das mag ich ganz sehr, sehr, sehr spannend aus, wie gesagt, hier eine Jens-Stärke zu erwarten. Obwohl, das ist eben auch ganz spannend zu wissen, jetzt der November eigentlich der statistisch Börsen oder einer der stärksten Börsenmonate überhaupt ist. Jetzt kommen wir natürlich in die Wahl rein, wenn es jetzt hier doch, morgen steht der Präsident fest und es ist alles klar und es ist alles wunderbar. Und Hilfspakete Corona werden beschlossen und es gibt wieder neue Milliarden, dann gehen die Aktien durch die Decke und der Yen fliegt vielleicht wieder nach unten weg und hier gibt es einen neuen Rallye-Schub nach oben. Das kann alles passieren, aber sehe ich momentan nicht als das favorisierte Szenario. Was sehe ich denn hier noch als US-Dollar zum Abschluss der Looney? Was haben wir denn hier beim Looney? Da bin ich hier im Tagesschart. Also auch hier der Looney, spannender Hinweis, Bernd, an der Stelle. In der Tat, ich will mal den Widerstandsbereich immer ein Stück anpassen. Öl übrigens, eh die Frage, was der Ölpreis jetzt macht, nicht wahr? Also ich bin der Meinung, der Ölpreis fällt wieder. Ich glaube jetzt nicht, dass er die große Rallye nach oben macht. Und wenn der Ölpreis fällt, ist das eigentlich kanadisch Dollar schädlich. Wenn er es aber natürlich nicht tut, dann profitiert er von der kanadischen Dollar und der Dollar selbst. Kanadisch Dollar Dollar muss man aufpassen, also US-Dollar und kanadisch Dollar in dem Fall, als Looney, als Währungspaar bekannt. Sollte also der Ölpreis eine Stärke erfahren, dann sieht das natürlich so aus, dass der nach unten wegkippt und dann durchaus wieder hier die 1,30er Zone ausmacht. Also hier oben sehr schön Widerstand toschiert. Es wirkt ein bisschen rangig eben hier, nicht wahr? Also hier haben wir jetzt nicht so eine Situation, wie wenn der Preis hier oben im Bereich 0,33, 0 sage ich wieder, 1,3360, 1,3380 wäre. Also hier wirklich so wie eben mit der Kerze hier vom 29. Oktober. Schöne Sit-Up, definitiv spannend. Ich sehe es gerade hier auch im US-Dollar-Schwarzer Franken. Ja, den gucke ich mir auf jeden Fall noch an. Die 2, 3, 4, 5 Minuten haben wir auf jeden Fall. Aber wie gesagt, jetzt von hier sind wir ausgehend von diesem Unterstützungsniveau eigentlich hier an dem unteren Punkt. Da sehen wir hier, also ein schöner Support, 1,3130, 1,3110. Ein schönes Level. Da muss ich einfach sagen, hier an dem Punkt eher vorsichtig long mit einem Pullback, gerade weil ich ja eben durchaus den Dollar vielleicht nochmal so ein Stück weit, vielleicht spuckt er ja nochmal ein Stück weit hoch, bevor dann in die, sag ich mal, Versenkung geht. Wirkt ein bisschen unklar, aber wir sind in einem klaren prozyklischen Abwärtstrend. Also hier jetzt ein Long zu starten, halte ich für fast zu riskant. Es macht schon mehr Sinn, jede Erholung eigentlich zu verkaufen, solange der Preis unter 1,3380, 1,34 ist. Sollten wir nochmal nach oben laufen, schöne Short-Chance. Ansonsten, wenn hier dieser kurzfristige Support-Bereich lässt sich auf jeden Fall auch schön abzeichnen hier. Jetzt haben wir es mal grau gemacht. Diese Zone, Unterstützung draus, zack, hier oben 1,31, wenn wir die aufgeben, dann sind wir relativ schnell bei 1,30 und tiefer. Also das ist klar. Wir haben hier oben den Widerstand, den Deckel drauf, hier unten ist die kurzfristige Unterstützungszone. Sind wir hier mehrfach schon nach oben abgeprallt. Ich glaube, jeder Move nach oben ist eigentlich hier eine Short-Einladung. Das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Und unter 1,30 dann auf jeden Fall Land unter, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also das sieht so aus. Schauen wir uns nochmal die Saisonalität dazu an. Guter Punkt. Sicherlich nicht von ungefähr. Wir haben nur 17 Jahre, warum auch immer. Ohne Worte. Die Saisonalität bläst hier in eine andere Richtung. Spannend eigentlich, ne? Also technisch gesehen hier jetzt weniger Gleichlauf. Es wirkt eher sehr bullisch zum Jahresausklang. Öl-Nachfrage geht zurück. Rein Saisonal hat man die Tanker ja jetzt schon voll, bevor der Winter, der kalte Winter einbricht. Ergo der kanadische Dollar hier mit einer gewissen Schwäche gesegnet. US-Dollar hat eigentlich hier rein Saisonal dann auch die Begründung logischerweise fast schon, warum der denn hier so eben anzieht. Man kann ja schon sagen, hier vom September bis zum, nochmal von vorne hier, September bis Dezember etwa. Ja, das haben wir hier eigentlich eine wirklich sehr bullische Phase grundsätzlich mit Rückenwind gesegnet. Sieht auf jeden Fall nicht so verkehrt aus. Saisonal. Hier haben wir zwar so im November so einen kleinen Dip, aber die Preis-Action deutet eigentlich mehr auf eine weitere Schwäche hin. Das ist ganz klar der Fall. Also favorisiert auch hier, gerade auch in dem großen Bild vom Dollar-Index, dass wir uns jetzt so ein bisschen erholen sollten die nächsten Tage, vielleicht auch ein, zwei Wochen, glaube ich aber noch nicht mal, dass es so lange dauert und dann gehen wir aber sicherlich nach unten. Also zumindest das mal das präferierte Szenario. Übrigens heute hier ganz interessant. Wir waren heute 2000 Anmeldungen beim Devisenradar. Super, super, super. Devisenradar hier früh ist übrigens auch auf dem Gottmord-Rater zu sehen. Auch knapp 1600 schon. Also super Teilnahme. Sage ich erst mal vielen Dank für die Treue an der Stelle und dass wir hier die Hütte weiter voll machen und auch weiter wachsen. Natürlich. Wobei das natürlich Part of the Game from God-Mode ist. Aber da bin ich ja auch in früheren Jahren groß geworden in diesem Bereich. Börse Go, München, Harry Weigrant und André Titia und Rocco Gräfe und die ganze Gang. Das ist natürlich irre wichtig und schön, diesen Kontakt auch erfahren zu haben. Beziehungsweise wir haben ja heute noch engen Kontakt, mehr oder weniger. Jetzt wollen wir aber auf US-Dollar, schwarzer Franken gehen. Der natürlich auch so ein bisschen rumwuppert. Sieht technisch auf jeden Fall keineswegs so interessant aus wie jetzt zum Beispiel der Dollar, finde ich jetzt. Oder der Austral-Dollar. Die wirken für mich beide viel, viel interessanter. Ich sehe gerade im Chat, Silber wollte ich auch noch machen. Ja, stimmt eigentlich. Mit Verlaub, Silber hatte ich eigentlich wirklich noch auf der Pfanne. Beziehungsweise als Andacht. Ja, mal gucken, ob ich das jetzt noch reinschiebe auf die letzten Minuten. Faktisch aber hier US-Dollar, Schweizer Franken. Es ist wieder die Korrelation, die hier wieder sehr deutlich wird. Und ich glaube auch, Euro sollte eher in die Schwäche übergehen. Jetzt sind wir schon wieder unter 1,17, sehe ich gerade hier. Und US-Dollar, Schweizer Franken dürfte davon profitieren. Ich glaube, wir werten hier eher auf und gehen in Richtung dieser Zone hier der letzten Hochs vom September. Also kurzfristig glaube ich, dass der hier nach oben ziehen kann, weil US-Dollar, Schweizer Franken hier die Hochs vom September nochmal antestet, um dann hier so ein Stück weit, ja, ich will sagen, in eine Ermüdungsphase zu treten und dann nach unten abzurauschen. Dann haben wir auch im Prinzip da auch wieder die von mir präferierte Dollar-Schwäche. Das ist mal eine schöne Zone hier. Ich meine, hier ist er komplett durchgesegelt hier im Juli, aber hier tief im März, also zum Corona-Ausverkauf. Dann hier schöner Pullback. Jetzt Rücklauf, wenn wir hier nochmal so ein kleines Doppeltop bauen. Technisch gesehen auf jeden Fall spannend und meines Erachtens auch natürlich, wenn jetzt Euro noch ein bisschen hochspucken sollte, was man hier unterstellen könnte, wäre es auf jeden Fall spannend, hier den Short einzusammeln. Aber ob der wirklich nochmal in Richtung 0,92,50 zieht, ich glaube es fast nicht. Also ich denke, der macht früher die Binse nach unten und dürfte hier eben eine Dollar-Schwäche erfahren. Aber ja, es ist so gesehen eigentlich gerade jetzt Euro, wenn der Euro nochmal die 1,15,40 wirklich ansteuert, 1,14,50 vielleicht, das wäre das große Beilevel. Jetzt muss ich direkt nochmal groß den Euro-Dollar-Chart für euch reinholen. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir hier nochmal in Richtung 0,92,50 gehen. Das würde eigentlich schon gut ins Bild passen, will ich mal sagen. Lass uns nochmal hier die Saisonalität kurz anschauen. US-Dollar-Schwarzer-Franken, bevor ich den, ach, Tastatur lässt grüßen, bevor ich den großen Chart nochmal hole. Na, wenig spannend eigentlich, schaut euch das an. Das ist ja hier wildes Seitwärtsgeschiebe, nicht ganz so deutlich wie bei anderen Währungen. Das ist auch immer spannend, dass da die Saisonalität durchaus unterschiedliche Tendenzen einschlagen kann. Hier eher seitwärts C mit einer Schwäche zum Jahresausklang. Das ist sehr offensichtlich, aber ansonsten, da ist ja so nah kein Rückenwind. Aber was wir natürlich hier haben, ist jetzt hier nochmal der große Chart vom Euro-Dollar. Sozusagen mein Lieblingschart irgendwie, den zeichne ich ja schon seit ich dieses Chart-Tool benutze. Und hier nochmal so das Schmanker, ich hatte ja auch hier früher die Harmony-Pattern sehr viel gemacht. Das wäre ja so mein Traum-Entry gewesen, Euro-Dollar im Bereich der Parität einsammeln. Ich glaube fast nicht, dass das kommt. Ich denke eher, der Euro, und das ist auch wieder die Sache der schrägen Trendlinie-Schatz, hier habe ich die Trendlinie ein bisschen anders angelegt, als in diesem großen Monatschart-Zeitfenster. Hier habe ich einfach die meisten Auflagepunkte gesucht und die Linie eben projiziert zum Trendkanal. Und hier ist eben die Situation, ich bleibe dabei, der Dollar ist im Jahrzehnt der Abwertung, das haben wir jetzt schon wieder, 1,707. Meine Fresse, was schnippt denn der rum? Verzeiht den Ausdruck. Wir sind aber jetzt hier schon wieder, oh, Wahnsinn. Also das ist wirklich, genau wo ich eben noch, vorhin noch bei euch hier beim Schweizer Franken war, und ich den Chart gesehen habe, da war ich noch bei 1,1692. 90, jetzt ein paar Sekunden, Minute 30 später gefüllt, nochmal 15 Pips höher. Das ist wirklich hier ein Geschmäckle im Intraday-Bereich. Meine Güte, die Walla, die ist ja nicht aufzuhalten. Das ist schon spannend. Ihr habt derweil jetzt nicht die Zeit, im Intraday-Shart rumzusculpen, aber diese Walla, liebe Leute, das sind wirklich Momente, wo man eigentlich, ich sage mal, die Performance, ich will nicht sagen des Jahres, aber eine Performance einfahren kann, die hier wirklich über Durst strecken. Ihr wisst das, wenn ihr aktuell handelt, schrägstrich vielleicht auch 2019 gehandelt habt, das Jahr mit der niedrigsten Volatilität, oh schräg, oh graus, Euro, Dollar teilweise wieder nur 30, 40 Pips am Tag, wo wir auch zuletzt wieder erbärmlicherweise fast hingelaufen sind. Da gibt es nichts zu holen, nicht wahr? Aber wenn man dann Bewegung hat und Tage mit Volatilität oder jetzt wahrscheinlich Tage der Unsicherheit, Wochen der Unsicherheit, dann sind das natürlich Momente, wo man hier a, beim richtigen Broker ausführen sollte und b, natürlich den Markt auch im Auge haben muss, weil sich hier natürlich kurzfristig wirklich immer schnelle Gewinnchancen ergeben. Nur passt bitte auf, wenn ihr hier rumsculpt und immer wieder oben und unten versucht, Long und Short ein bisschen hatchen vielleicht, dass man da am Ende des Tages, wenn dann eine Trendbewegung mal eingeschlagen ist, und da will ich jetzt hier gleich mal auf, eben jetzt, weil ich den Chart gerade vor mir habe, US-Dollar, schwarzer Franken, ja, wer hier diese Range getradet hat, übrigens auch sehr spannend zu sehen, wenn ich mir, wir müssen das jetzt mal hier, machen wir das mal mit dieser Abwärtstrendlinie am besten, so, da haben wir hier so eine Art Dreieckskonstellation bekommen, ja, hier mit der Price Action, also es hat sich immer mehr zusammengezogen hier im Frühjahr, also nach dem Corona-Crash, schöner Ausbruch, dann hat sich der Preis hier sozusagen, das ist jetzt ein bisschen lapidar gezeichnet, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, der Preis hat sich dann hier sozusagen immer mehr zusammengezogen, in eine Kontraktion hinein, und hier hat man auch immer wieder rechts und links, oben und unten immer wieder Long, Short und die Seiten wechseln können, dann aber mit diesem Einbruch, mit diesem deutlichen Momentum, wer hier jetzt dann nicht die Reißleine gezogen hat, ja, eine gute Nacht Land unter, der sitzt jetzt immer noch auf irgendwelchen Long-Positionen, die hier vielleicht eingegangen ist, im Mai, im Juni, in der Hoffnung, na, der dreht jetzt hier wieder im Rahmen dieser Range nach oben, testet hier vielleicht diesen Widerstandsbereich 0,97,50, und ja, der wird schon wieder, ne, dann gab es hier mit einer ganz groben Kelle im Sommerverlauf, und jetzt eiert er hier rum, und ganz ehrlich, technisch, okay, der geht vielleicht bis 0,92,50, gut vorstellbar, schöne Short-Chance dann, aber dann dreht er im Prinzip ein, und kippt wieder massiv nach unten ab, und dann sitzt du hier mit den Longs weiter da, musst hier die Swaps möglicherweise zahlen, also Finanzierungsgebühren, Rollovers, und am Ende des Tages geht der Trade rein, unter Pip-Gesichtspunkten immer mehr gegen dich, und sozusagen raucht das Konto auf, das kann nicht zielführend sein, deswegen immer wieder das Risiko kalkulieren, und wie bei mir hier, beim Euro-Britisch-Fund, meine Güte, unglücklich gelaufen, ja, ich meine, jetzt wäre ich knapp auf einen Stand, es gab hier einen schönen Reversal, aber ich habe den Stopp hier gesetzt, und das ist ein Trade, den musst du abwischen, nach vorn gucken, weitermachen, also was soll das, ja, Trades, und da gehören auch Ausstopper, sind das tägliche Geschäft eines Händlers, ja, ob der jetzt kurzfristig, mittelfristig agiert, du kannst nicht immer richtig liegen, du musst hier hin und wieder einfach sagen, okay, ich hole mir die Ohrfeige ab, und habe jetzt im Prinzip diesen Loose kassiert. Für alle Freunde des Devisenradars, Streams, und auch natürlich des Edelmetalls Silber, möchte ich jetzt noch ganz zum Abschluss auf Silber eingehen, das werde ich wahrscheinlich morgen checken, vielleicht hat der Forex wohl auch ein schönes Intraday-Pattern, wir sehen aber hier sehr deutlich, der Abwärtstrend genauso sauber intakt, jetzt will ich die Trendlinie, das habe ich hier noch gar nicht gemacht, übrigens auch mal duplizieren, im Rahmen eines Abwärtstrendkanals, ich erlaube mir mal hier, ja, ich habe jetzt einen Auflagepunkt, zweiter ein bisschen runtergetippt, hier ist der dritte, gefällt mir super, intakter Abwärtstrend, sind hier im Bereich der oberen 10%, dieser Range vom Abwärtstrend, und mein Forex-Szenario war ja eh beim Silber angeschlagen, jetzt sind wir hier noch ein Stück weit höher gelaufen, als eigentlich gedacht, also für mich sieht das so aus, als würde er jetzt hier dann in Kürze wieder nach unten wegdrehen wollen, also das glaube ich schon, und für alle die, die jetzt hier dabei sind, das ist natürlich das Gimmick, was man hin und wieder geben kann, neben den anderen Paaren, wo wir jetzt hier Querfeldbeet eingemacht haben, und ein bisschen auch abgesch... oder ich vielmehr ein bisschen abgewichen bin, im Rahmen der ein oder anderen Erklärung zum Markt, hier ist Silber jetzt definitiv auch short, interessant, komplett, und das ist wieder das, wovor ich vorher sprach, komplett negieren, wenn wir hier über die 25, 20, über die hochste, hier gab es ja diesen Evening Star, Candlestick-Formation, herrlich, hat sich aber auch bärisch nicht durchgesetzt, muss man sagen, hatte ich ja erst gestern, vorgestern ein Gespräch, Bernd, wo wir darüber gesprochen haben, ab wie vielen Perioden wird ein Signal denn eigentlich hinfällig, und also meine Lehre ist eigentlich die, dass nach sieben bis acht Perioden des Entry-Zeitpunktes, was passiert sein muss, also man kauft, egal welchen Timeframe, Tagesschart, 15-Minuten-Chart, nach sieben bis acht weiteren Kerzen muss der Trade angelaufen sein, da musst du im Gewinn sein, musst du einen Stopp nachziehen können, oder irgendwas tun, wenn das immer noch bei Plus, Minus, Null ist, oder sogar Minus, dann sollte man sich so langsam von der Trade-Idee verabschieden, weshalb man da vor sieben oder acht Perioden überhaupt reingegangen ist, und das ist natürlich jetzt hier auch die Situation, dass dieser Evening Star sich eigentlich aufgeraucht hat, hier mit diesem Pullback, das war noch gerade so im Bereich, hier nochmal vielleicht eine zweite Short-Chance, und ja, im Prinzip hat er ja auch sicher die Schwäche gehalten, aber vom Evening Star, von der Logik her, hätte er eigentlich direkt hier in der Folge schon absacken müssen, also der ist hier schon eigentlich passé, aber mit diesem Widerstandsbereich hier oben, genau die Zone, wo man sagt, anschnallen, aufpassen, festhalten, in diesem Bereich, wenn er da drüber geht, der Silberpreis, also oberhalb von, kann ich sage, das Hoch des Dojis hier nehmen, 12.10.25, 55. Wenn wir hier über 25,55 Dollar gehen, dann sind die Bullen wieder zurück am Tisch, wie ich so gern auch beim Pokern zu sagen pflege, dann hast du hier den Royal Flash auf der Oberseite, dann gehen die sozusagen nach oben, die Bullen und rauchen hier richtig mal die Bullenfäder ab, weil dann hat sich die Konsolidierung, die wir hier auch im Prinzip seit Sommer, seit August sehen, dann wirklich aufgelöst, gerade die 26 Dollar, ihr wisst das, Big Picture zum Silberpreis, ich zeige es euch auch noch mal gern, so, 26 Dollar, hier ist das Key Level, also wenn wir da wirklich wieder rüber gehen sollten und uns dann auch auf Wochen- und Monatsschlüsselbeißbasis da noch mal etablieren, dann sind die 30 Dollar und 35 Dollar und vielleicht noch mehr definitiv näher, als sie es jetzt sind, weil jetzt kann Silber durchaus auch noch mal ein Stück weit zurücksacken, hier noch kleiner Gimmick an der Stelle, zwischen 21 Dollar und 22, schöne Kaufzone, also wenn der Silberpreis wirklich hier zurückgeht, spannend, wie ich so sagen, pflege, in dem Sinne, liebe Leute, bin ich dann doch schon durch, heute wieder die gute Stunde abgerissen beim Devisenradar, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich am Start war, volles Haus, freut mich auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen, gebt es gern Feedback zum Kundensupport, nach dem Motto, mehr vom Kamera hat mir gefallen, ansonsten, wenn ihr Verbesserungswünsche habt, immer gern, und ansonsten wünsche ich euch jetzt Happy Trading, viel Erfolg beim Handel, passt auf alles auf, was vor euch liegt, auf die Gesundheit, achtet eure Freunde und Familie und nutzt die Zeit, auch wenn ihr im Lockdown seid, zur stetigen Weiterentwicklung, das ist immer wichtig, also in dem Zusammenhang, bis bald, euer Chris sagt jetzt erstmal Tschüss, und mit wem ihr handeln solltet, das wisst ihr auch, JFD Bank ist hier eure Bank, in dem Zusammenhang, auf bald, beste Grüße und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.